Komm, steck da rein Ja, mein Onkel hat Mein Onkel hat mir beigebracht Ich darf als Rappen würden nicht einsteigen Will Cup City Hallo Was ist los? Gar nichts Geht's dir gut? Hallo? Geht's dir gut? Und warum? Na, 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 na Ja, kacke, hast du die Sanctus-Aufträge? Weißt du, was man bei dem Auftakt macht, wo man da die Spitzsache bekommen kann? Weißt du, was man da machen soll? Also ich muss... Also ich weiß nicht, wie der... Was da steht Also... Keine Ahnung Da musst du reden Hast du den Welfass? Ja, hab ich Nein, weil ich sieht, was du da besser gemacht musst, ich hab's ja auch schon gemacht. Ja, genau, gleichfalls. Jörg, bist du 40 oder so? Cool, ich bin 40 Jahre halt. Ah, immer doch, ich bin schon 50 und krass. Ich bin Stoplight-Oper. Gibt's ältere, aber egal. Dann bin ich mit bei. Also, ich bin 31 und du? Äh, eins. Das glaub ich sogar. Nicht glaub ich, nein, 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 nicht glaub ich, das ist richtig. Ja, was? Du hast selber gesagt, du bist fort mit dem Opa. War sehr der, der hat selber gesagt. Ich hätte mich ja auch so, die ich zum Beispiel so kriegen, als wenn man es ernst macht, aber es nicht ernst gemeint ist. Sarkasmus. Sarkasmus? Sarkasmus? Ja, meine rechte Hand. Geil auf jeden Fall. Äh, und macht es Spaß mit deinem... Was? Welche? Sag mal leid, ich schieße jemand, sag mal leid, bitte kurz, danke. Anzeige ist raus. Also, kann man fest festhalten, du bist OP1, OP2, geht das? 1 OP2. Der ist OP2, der ist 50 Jahre alt. Was willst du eigentlich von dem kleinen OP? Hallo, lass OP2 in Ruhe, ich sag jetzt das mal eben sehen. Ist echt. Das ist geil, ey. Oh, Alter, das ist selten. Wir hatten viele Kronensiege, das habt ihr eigentlich gerade gesehen. Wie heißt du? Nein, die war nicht. Nein, die war nicht. Ein Bigi ist ein Big-Shirt. Äh, okay, der war geil. Ihr könnt mit dem OP2 erscheinen, ich hab keinen Führerschein. Ich muss immer alleine fahren. Dass keiner verreckt bei dir. Ey, wartet, ich komme. Ah, da. Wie viele waren das denn hier? Nein, das war ganz ehrlich, irgendwie wurde da drüben gebaut. Ja, du hast den... Hey, dich, ich werde meine magischen Kräfte einladen. Hallo, sei am Monor, was? Hallo, Anzeige ist raus, warum holst du mich nicht? Ich springe einfach in den Tod, also in den Wasser. Hallo, warum holst du mich nicht? Ja, euer Opa, oh, die Mache macht mich nicht. Und dann jetzt, icharrte es dir разв Jamie. Einfach schade deinem verhalten. Ja, Schade. Du bist ein nice Xin ruby und du bekommst dir eine aus die Fresse. Das war geil. Was wollen wir machen? Wenn die Videos in Letto oder irgendwo hingehen oder, keine Ahnung, oder Reden, was ist bei Edeka? Ja, dann macht der Schamseil. Hehehe, warum? Das ist ein neuer Challenge. Er braucht uns, aber egal. Ich bin keine 12 mehr. Ich gespielt, ich gespielt, keine Ahnung. Ich bin kein Bruder. Doch bist du. Bin ich nicht, definitiv nicht. Ratespiel. Warum so frechst du dich? Warum frechst du dich? Ist doch nur die Wahrheit. Ratespiel, okay? Ich mag Hartkling, aber es ist so. Wie nennt man jemanden, der so tut, als würde er jemand werfen? Nein werfen. Der war gut. Der war gut. Der war gut. Das muss man den alten Leuten auch immer lassen. Das sind gute Witze machen. Ein anderes Wohnzimmer. Eierschal. Ne Apfeltasche? Das ist egal. Okay. Ah, Black Knight ist auf K. 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 Oh mein Gott, bist du behindert. Oh mein Gott, bist du behindert. Oh mein Gott, bist du behindert.